Ciao a tutti, ich bin Silvan Egeter, 32 Jahre alt, ich bin der älteste Spieler hier beim FC Lugano. Die letzten paar Jahre habe ich bei FC Zürich gespielt und jetzt habe ich eine neue Herausforderung gesucht hier in Lugano. Ich bin bis jetzt gut aufgenommen worden, zufrieden und glücklich hier und hoffe, dass die Resultate auch in der Meisterschaft wieder stimmen werden in Zukunft. Bis bald im Stadion. Ciao.